Hier sind wir jetzt im Hauptfestival für Gezwecker Pizza. Ganz tolle Nudelgerichte. Ein bisschen Brot. Und hier haben wir die Jenny, die kommt aus Bonn. Und wenig gefilmt werden. Hier ist das Salatbuffet. Ja. Das ist ein richtiger Kopf dahinten. Ein bisschen Fisch, Fisch und Salsen. Hier noch Rüben mit 2 Sekunden. Und dann haben wir es noch. Das ist ein bisschen Spreis mit dem Schiff.